Das Mekka für die Baumaschinenindustrie, die Messe Bauma in München. Über 3000 Aussteller aus der ganzen Welt. Für Nordmayr ein besonderer Anlass, sich vor einem internationalen und nationalen Fachpublikum zu präsentieren. Auf dem Freigelände haben wir dieses Mal drei unterschiedliche Bohrgeräte aus der DSB-Serie ausgestellt. Im Fokus stand ein brandneues Gerät. Das als Messe-Neuheit zum allerersten Mal öffentlich gezeigte Gerät DSB-550. Und bis jetzt das größte aller Nordmayr-Bohrgeräte. Nordmayr wagt mit diesem Gerät der 50-Tonnen-Klasse einen Schritt in die große Tiefe. Bis zu 1500 Meter sollen erbohrt werden. Die vollhydraulische Bohranlage DSB-550 wurde von den Ingenieuren und Mitarbeitern der Firma Nordmayr in Zusammenarbeit mit dem großen Kundenkreis aus der Praxis für die Praxis entwickelt und gebaut. Wir freuen uns über den angeregten Austausch mit unseren Besuchern und hoffen, das Interesse für unsere Produkte geweckt zu haben. Nordmayr Bohrgeräte fürs Leben. Seit 75 Jahren.